diese baum sind ja so viel stück haben wir gewinnen gemacht das will der torben doch sehen du brauchst den Eingang gut Prozent dann kleide ich das ganze schon mit Neter Stein aus ja warte du musst überall erst mal was abbauen also du weißt wie ich das machen hier haben wir einen Konflikt mit dem Berg der zu Ende ist oder müssen das dann vorsetzen ja was soll das mal ab dann war ich hier ich mache genauso wie so hoch wie es sein muss und diesen dann müssen wir hier nach den Feldern dann würde ich sagen machen wir genau viermal vier Felder immer dann machen wir hier noch eins dran und dann reicht das auch ja das reicht nein doch nicht mit dem du Trottel ich dachte mit Neter Rack oder willst du mit Bricks ja mit Bricks sonst sieht das doch nicht aus ja okay dann machen wir Bricks ein ach ja auf den Soul Sand Viechern kann man ja laufen das ist ganz praktisch machst du von außen den Stone dahin? ja gut hast du mir nur einen Stick mitgebracht? äh ja weil ich dachte dass wir nur so für kleinere Ausbesserungen brauchen aber das war wohl ein Irrtum dachte ich ursprünglich auch so so ich hab nur genau einen Stormblock den behalte ich mir auf dass ich zahl auf das ja na na so 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 ähm warte achso hier hinten machen wir dann das Portal dahinter, ne? und so ne warte hier können wir so einen schönen Zweierdurchgang machen nein was brauchst du denn da ne Wand? ohhh ja klar ne Wand wieso denn nicht? weil da doch noch zwei Felder dran kommen achso du willst sie so machen nein das hat man nicht besprochen ich dachte du willst sie in die Länge machen hä wie in die Länge? nein ich dachte du meintest da ach egal mhm ja ich dachte ups so 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 fängt mit ja klar und da hab ich in der in der in der Kiste gut dann mach ich mal die Decke so aus Netabricks ne? na? ich mach die Decke da mal aus Netabricks na warte ja so hoch ja klar wir brauchen die ja nicht übertreiben aber der TNT hat gar nicht viel gebracht ist doch egal ich hab's rausgemacht ja das erste Mal dass ich kontrolliert gesprengt habe hat man gemerkt wieso? hm so ist das das? ne warte ach alter dieser Soulcent nervt ein bisschen weil ich denke dass man sich so normal Geschwindigkeit bewegt und dabei ist man so richtig lahm dann baut man die Blöcke so manchmal so falsch hm hm nami oh ne so so und dann machen wir das mal ganz einfach weil einfach 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 ist äh ach ja hier aus nein hatte ich was anderes vor warte 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 was brauchst du da? ne warte lass den Block lass den Block lass den Block äh reiß nochmal die äußere Reihe einmal ab hier an der Wand also das hier alter ach so das willst du ja aus Clostone machen nein auch aus Netabricks normalen Neterstein nee das hatte ich ähm ja dann sag wie ja dann probier ich hier einmal aus so so das der ganze Raum dann so das sieht richtig nice aus ja dann macht halt mal aber dafür haben wir nicht genug Treppen ich brauchte mir dann halt welche ach so ja ok das natürlich ich mach hier schon mal den Boden sollen wir mal für... äh ne 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 was denn? ne ne hat sich erledigt ach so du meinst? hm hm hast du nochmal hier so Stone? so Stone? ein Block brauche ich wieso? weil da ne das sieht man nur von außen nicht äh ach stimmt da machen müssen müssen wir auch die Wand hin machen ja ok ja und denk dran nicht hier unten jetzt ne Wand bauen weil das ist unnötig ja unnötig da könnten wir viel mehr sparen das müssen wir leider wieder abbeißen ja 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 ich mach's halt er muss mal lernen wenn man baut ich mach's halt ordentlich ich mach's halt ordentlich ich mach's halt ordentlich ja super und was machst du dann wenn wir nichts mehr haben? dann 9 holen ja wie breit sind die scheiß Felder nochmal? 1 4x4 ja ok 1 2 3 4 dann sieht der Raum nämlich richtig geil aus und zwar hm und dann machen wir noch den Brauraum so einen kleinen Abgang da machen wir den auch nur aus nähter Scheiß oder? ich würde sagen dass wir das dann einheitlich ja alles machen na ja weiß ich nicht das ist mir relativ egal ich glaub das hier in der Ecke mit dem Glouston sieht ganz nice aus oder? ja das sieht ganz gut aus wenn das alles so aus Treppen wird ja mit dem Glouston müssen wir einfach versetzen und zwar genau ein dass der direkt über den Durchgang hängt UNTERT nix das passiert okay was passiert das hier ist doch was passiert das ist doch die Durchgang man muss da dann musst du da dann musst du da dann erst mal ein zwei, drei, vier ok Ich versteh deinen Bausen nicht, ey. Du verbrauchst hier Netherreps ohne Netherreps. Boah, das ist doch scheißegal. Ne, ich find das nicht scheißegal. Mein Gott, ey. Ne, weil man so viel daran sparen könnte. Ja, und? Ja, du darfst gerne nochmal in die Hölle und dich da abschießen lassen. Ja. Wer hat denn hier den ganzen Scheiß gefarmt, ey? Jetzt ist es mal raus. Warte mal, der muss... Wer hat sich denn da vom Gas abknallen lassen? Ja, du hättest ja auch was anderes machen können. Ja, ich? Hm. Ich bin in die Lava gefallen wegen dir. Warum brauchst du jetzt da hier schon wieder so eine komische Wand? Hä, was für eine komische Wand? Machst du einmal den Block da bitte, Warte. Ja, hier, das ist ja das. Auch falsch. Warte mal, du willst hier die Felder hinmachen. Zwei, drei, vier. Ja, aber überleg doch mal. Wo willst du denn das Willen-Portal hinklatschen, wenn da eine Wand ist? Hinterher... Also, nein, die Wand ist auch falsch gesetzt, weil guck mal, hier hinten haben wir noch einen, wo man so rumgehen kann. Ach ja, okay, das stimmt. Dann machen wir den da natürlich auch. Ach, Mist, theoretisch müssten wir die Wand auch noch einen nach hinten versetzen. Nein, das können wir aber so lassen. Das ist alles okay. Warte, ich mach mal ganz kurz. Deine Wand wäre trotzdem falsch. Ja, ich weiß. Mach, ich mach mal ganz kurz den Eingang zu. Kann man sich die nicht auch aus Netherstein craften, diese Brick? Hä, wie den Eingang hier zu? Nein. Achso, nur ganz kurz, ne? Nein, kann man nicht. Oder, warte mal. Hä, was kannst du dir craften? Ich überleg mal gerade. Nein, kann man nicht. Nether Bricks kannst du dir nicht craften. Ja, hab ich gerade auch gemerkt. Das ist ja das Problem an dem Zeugs. Weil da müssten wir nochmal reingenommen, um den Raum komplett fertig zu kriegen. Soll das Leck gerade tun? Warum? Das hast du mich geschlagen. Nein, du bist in der Wand verbackt gewesen. Warum? Warum hattest du ein Schwert in der Hand? Weil ich gerade rausgeguckt habe und gucken wollte, ob da so Viecher namens Monster... Immer her mit dem Warzen. Ah, da ist auch noch eine. So, 13 Warzen schon Gewinn gemacht. Das ist doch schön. Äh, ich hole schon mal Wasser hier für... Also, nein, wir machen den Brauraum ja noch gar nicht. Weil da brauchen wir eine unendliche Waterquelle für die Wasserflaschis. Lol, wo sind denn die ganzen Netherrixen? Äh... Bricks? Ja. Habe ich nur noch die 10 hier und 34 Zäune. Scheiße. Ja, dann müssen wir mal wieder fahren gehen. Aber ich würde sagen, dann bauen wir jetzt erst so eine Vorrichtung, wo das Netherporter endgültig hin muss. Mal gleich mit. Hier muss dann die Kiste weg. Genau. Gleich, gleich, gleich. Ja, gleich, gleich. Hier würde ich... Hier müssten wir dann... Komm, wir graben hier schon mal vor. Hier müssten wir auf jeden Fall noch zwei in die Wand gehen. Scheiße. Okay, das wird schwer, oder? Nee, nee. Ah, nee, okay. Und dann geht's ab hier nämlich runter. Ja, ich geh dann schon mal ganz kurz Stone in den Ofen stecken und so. Damit wir wieder... Wenn wir wiederkommen, damit wir direkt weiterbauen können. Ja, oder wenn du... Dann würde ich sagen, dass du nur in die Hölle gehst, oder? Äh, nein, ich würde sagen, wir gehen beide. Dann geht's so noch schneller. Oh gut, dann komm ich auch mit. Genau. So, gib mir deine XP. Oh, das bleibt jetzt vorne. Skelett. Alter, es kommt mir schon viel länger vor, als dass es jetzt erst, äh, hier sieben Uhr ist. Aber finde ich ganz gut, natürlich. Wir tun dann alle Neta-Sachen da hinten hin, ne? Kann ich so... Hier? Ja. Ja, würde ich sagen. Ja, dann hole ich schon mal alle so einen Blödsinn mit her. Oh, wir haben noch so viel Ausstehen. Dann noch Kürbis- und Melonfell da. Und dann noch Zuckerrohrfeld wieder. Und so weiter... Äh, Stone in den Ofen stecken wollte ich ja. Hier, immer her damit. Ein Stack wird ja wohl reichen, oder? Ach, hier ist ja noch ein halbes. Halbes? Ja, ein halbes Stack. Ein halbes Stack. Den Obsidian tue ich auch in den, äh, Neta-Scheiß? Alter, das... Äh, bringst du mal Eisen mit? Alter, warte. Hier ist ein Creeper, der muss jeden von unserem Haus weglocken. Okay, das ist heftig, ähm, weil hier so hügelig ist. So, jetzt weiß ich bin. Alter, warum nehme ich jetzt? Schreck wie immer. Boah, endlich tot ist er. Okay. Das hat sich jetzt gerade so angehört wie Todesser. Ähm... Ach, ne, ich hab hier einen Stack auch. Wow, aber... Na, ne, wird nur das Nötigste mit, ne? Falls wir sterben. Zwei Eisenspitzhacken eben gemacht. Oben hab ich mit und Pfeile. Ja, du hattest noch Pfeile? Coole Sache. Gas... Achso, okay. Ähm... Ich leg dann mal eben hier die, äh, ganze Nähte... Achso, wir müssen ja sowieso nach unten. Genau. Ähm, okay. Aber das wird schon geil hier. Eins, zwei, drei... Äh, Tobi, du kannst schon mal den Stone aus dem Ofen holen hierfür, weil hier können ja so immer jederzeit Monster reinstürmen. Äh, was kann ich? Den Stone aus dem Ofen holen, weil hier können ja jederzeit Monster rein, sonst. Ja, aus welchem Stone? Mal einfach aus einem Ofen. Mal einfach aus dem Ofen holen. Mal einfach aus dem Ofen. Mal einfach aus dem Ofen holen. Mal einfach aus dem Ofen holen. Bis zum nächsten Mal.